hallo und herzlich willkommen zurück zu grounded so mir ist jetzt gerade da mal eingefallen und zwar ich habe doch hier zeckenschwerter 1 habe ich einfach mal so gelevelt und die anderen würde ich jetzt auch gerne leveln und zwar in minzig salzig sauer und das andere ding also brauche ich jetzt mal vier von denen in zecken zähnchen es fehlen zecken zähnchen aber das könnte man doch war da war da war zecken gibt es doch hier oben also da müssten nur hier hoch ohne dazu sonst haut uns unsere laus ab nicht gut finde aber jeder da noch ein ringelpitz mit anfangs immer im kreis herum jetzt müssten wir eigentlich dahin ich gucke mal eben zecken die karte daten zecken wie sehen die denn aus mutterspinne manntes da gegen schaf ja bin ich ja gut ausgerüstet geht ich mal dahin ja und um die andere waffe zu bekommen die aus der letzten folge die ich da nicht holen konnte muss acht mixer machen acht mixer deutet mixer gibt es denn nur da in der hecke 1 hinten am ameisenbau dann ja bei den beim grill sind drei unter der veranda sind vier noch wählen noch vier so hier waren noch die zecken hallo zecken ich höre ich sehe euch nicht wenn sie denn hallo zecken fünf zähnchen er kommt mehr zecken die auf englisch so dann mache ich mir das mal zu elf zähnchen ok ich guck mal eben bei herstellen offen ich brauche zehn das heißt ich brauche insgesamt 20 zecken zähnchen das wird hier aber glaube ich schwierig ne oder ja ich höre noch was höre was danach braucht man die glaube ich nie mehr ne jetzt sehen da bist du ja 16 18 noch zwei eine zecke oder muss doch möglich sein hier noch eine zecke zu finden ähm nix 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 mit nix ach jetzt höre ich was 19 mann warum jetzt war ein stein da hinten ist mir eigentlich zu gefährlich warte das nehme ich mir noch mit na ja ja die schwarze witwe hier keine zack mehr da kommt schon ihr habt mich hier immer genervt jetzt zeigt euch noch ein zeckenzahn bitte hinter vielleicht doch ja wie auf zuruf der iso 21 das soll ich mir fast gedacht eigentlich wollte ich mit dir gar keinen b farben naja tigermöcker jedoch sehr sehr gut wir haben unsere 20 händchen und wo war das ding warte mal geht da lang das war's ne ich will das abbrechen genau okay das hier runter kann ich auch abbrechen ab geht's an die burg die bräuchte ich doch eigentlich auch nicht mehr eigentlich löchen das war knapp das war richtig knapp so ich habe lieber mal nachgucken 1 2 genau 3 4 sehr sehr gut so dann ist jetzt die frage was mache ich zuerst spröde schleifsteine da habe ich gar nichts mehr keine spröden schleifsteine mehr da sind die unteren spröde schleifsteine jeder kann ich mal ein paar machen eigentlich alle machen ich glaube nicht dass man quasi scherper für irgendwas braucht oder rucksack 35 da muss ich ja noch welche fänden ende gelände oder schleifsteine daraus machen larven stachel alles klar gut dann okay noch ganz viele oh man da gehen sie dahin die spröden schleifsteine okay den ersten den ich machen wollte wer hier in scharf ne euch würzige batzen was nicht geht habe ich solzige habe ich minzige batzen minzige batzen wir schauen nach minzige batzen minzige batzen muss auch wusste schleifsteine ich habe keine robusten schleifsteine das werden die nächsten also da wusste schleifsteine 15 18 spinnen fangen ich habe kein spinnen von ok ok wo ist es minzige batzen auch 15 noch zehn hin nein nein ist zurück es geht minzige batzen und zehn ja und jetzt noch mal was wären dann 15 ok das geht also minze wäre ich dann durch das nächste wäre dann immer ob ich diese die waffen da unten da und da 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 sind ja nicht da sind meine waffen zwei stück alle drei pack ich hierin also erstmal sortieren dann kann ich die drei die noch nix haben ich mal dahin so wenn die fertig sind habe ich minzig das schwert zur not nehme ich noch das hier mit einer zecken obsidian schwert was ist das denn also oberste schleifsteine habe ich einen sortiert ja müsste hier sein mal da habe ich noch ein geht die dinge und was die minze hin hätte doch minze mitgebracht wo sie hin ich die die eiskappe da ist die minze also minze hätten wir genug was uns fehlt es salz und wo waren die steinchen hier ne oh ok die bekomme ich nicht mehr unter das ding ist voll hier da brauche ich das zum bauen nicht unbedingt ist auch viel zu viele drin und den ich nehme mal ein paar raus die lasse ich drin pack die hier mit äh glitzerkäfer wurde auch nicht einsortiert so ich so hä hä warum habe ich den im inventar ja das warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal ähm minz juwel brauche ich minzstücke für ne noch vier käfer das ist das problem das ist das problem habe ich jetzt 15 von denen gemacht ach nee warum brauche ich doch gar nicht oder oder doch wir werden das gleich sehen ähm warte bipp ne wo waren die glitzerkäfer dran hier ne warum habe ich die denn rausgenommen ok auf geht's so das ist es ist es das level 5 hart ah ja wo ist minze da ne ok ok ja 10 bin ich bei 7 und jetzt brauche ich nochmal 15 minzjuwele minzjuwele wozu ich halt glitzerkäfer brauche minzjuwele ach man ist das so schwierig oberste schleifsteine 14 reicht auch nicht äh das reicht auch nicht ein glitzerkäfer brauche ich ok kann ich wenigstens fünf machen nicht nur vier machen auch glitzerkäfer ok haben jetzt unser das hier ne zecken obsidian schwert das würde ich dann echt mal jetzt anstatt dem anderen dahin packen und hier käme dann äh das andere schwert hin also 1,2,3 dahin ok irgendwie wir sehen die äh wo sind sie wo sind die hier ah ja da das ist auf level 7 auch auf level 7 also ich hab von denen ja nehm ich die mit nehm ich die denn mit um was zu machen ich weiß es noch nicht aber das sehen wir dann beim nächsten mal ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns dann morgen habt euch gut und tschüss